So. Nächste Runde. Und... Oh, die Gegner rücken schon groß aus. Und alle gespottet? Hm. Da ist jemand gut am Werk. Ja, Freundin ist grad nicht da, die ist auf dem Klo. Und irgendwie komme ich hier nicht aus dem Spawn raus. Sind wir alle noch mit ihren Motorrädern unterwegs, oder muss ich noch ein bisschen was spawnen? Na ja. Bewegung schadet nicht. Hallo? Ja? Ich werd irgendwie aus dem Spiel geworfen. Okay, Grund. Und ich hab jetzt einen neuen Nachbarn. Ah. Kein Wunder, dass da keine laute Musik mehr rauskommt. Okay. Mich hat da grad einer mitgenommen. Finde ich gut. Guter Squadman muss ich sagen. Aber hier steig ich aus. Aber hier steig ich aus. Achtung. Ein Feind mit Leiterung. Und wir sind gelegt. Und drück mit äußerst der Vorsicht weiter vor. Du könntest in mein Team gehen. Ähm. Ja. Okay. Oh oh. Scheiße. Wie kommen die da so schnell hin? Na ja. Was soll ich machen? Ach, die Map mag ich. Stimmt ja, ich sollte ja Team wechseln. Ah. Ja, ich kann wie das Team nicht wechseln. Bin immer noch im selben Team. Was? Ach. Ich kann's Team nicht wechseln. Na. Und der Typ war wirklich absolut getarnt. Getarnt, da geht's nicht. Und ich hab die... Ah, ich hab die falsche Tarnung. Das muss da... Das bringt sich irgendwie nicht. Dschungelmuster. Ich glaub, das bringt's hier eher. Ich glaub, die wollen, dass wir gegeneinander spielen. Glaub ich nicht mal so. Ich glaub einfach, dass das zur Team-Balance gehört. Hm. Achtung, das Einsatzziel wurde erobert! Na, vielleicht kommen wir im nächsten Team zusammen. Ja. Ja, du kannst ja jetzt eh stundenlang aufnehmen. Und ich hab vor ein halber geschlafen, also hab ich Energie. Okay. Also auf der Map hier muss ich sagen, würde ich doch... bevorzugen, mit nem MAV zu arbeiten. Weil sonst seh ich hier ehrlich gesagt gar nix. Das liegt vielleicht an mein... weil ich meine Terra-Qualität runtergestellt hab. Oder... weil ich mein Anti-Aliasing runtergestellt hab. Ich glaub, ich hab gar nix runtergestellt. Ach so, dann kennst du mir. Du Scheiße, was ist denn da in die Luft gegangen? Also ich find's echt schade, dass man nicht sieht, welche, äh, Klassen das eigene Team genommen hat. Damit man gucken kann, ah, die eine Klasse ist, ähm, überbenutzt, die andere unterbenutzt. Wow! Ja, man sollte nicht reden, gleichzeitig. Vielleicht gehört das zum Spiel. Ja, aber das ist doch ein teambasiertes Spiel, also ich mein, das sollte man doch schon mal... sich drum kümmern können. ... Balance eben. Ich mein, dass nicht das ganze Team als Sniper rumrennt. Deswegen bin ich jetzt auch als Medic rein. Oh, viel zu niedrig. ... spotten leute sonst komme ich hier nicht weiter Oh, da muss ein Panzer. Ist schön, dass du einen feindlichen Soldaten gesichtet hast, aber ich komme hier nicht weiter, wenn ich... Meine Güte, bin ich denn der Einzige, der hier ein bisschen vorprescht? Komm raus, komm raus, wo immer du bist. Alter! Scheißpanzer. Du meinst der Scheißpanzer, in dem ich gesessen habe? Hm. Oh, oh, raus! 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 Da oben sitzt einer. Du hast dich bemerkbar gemacht, Junge. Du hast dich bemerkbar gemacht. Jetzt hat er aber eh immer noch den Höhenvorteil mir gegenüber. Da ist noch einer aufgepingt. Da einer? Wir sind ja überall. Tja, der eine war ich. Muss ich hier eine auf Gazelle machen? Mit nem Panzer. Nö. Mein Panzer ist längst down. Nö. Mein Panzer ist längst down. Was zur Hölle war das? Was zur Hölle war das? Ah, der versucht seinen Kill mit diesem komischen Fahrzeug da zu kriegen. Was ist denn über mir? Zum Glück habe ich mir Rauben, äh, ich meine Raubenchips gekauft. Nicht Raubenchips. Boah, nee, wie nub ich mal das denn? Aus der Hüfte geschossen, Mann! Bin ich blöd? Ja. Danke. Gern geschehen. Oh, und ich bin in keinem Squad drin. Hä? Nein! Ah! Was du das? Nein. Nein, warst du nicht. Kann sich nicht mal jemand um den verdammten Panzer kümmern? Ah, nicht so laut! Nicht so laut! Hä? Du raschelst doch mit irgendwas gerade. Ist sicher Chips. Ja, aber das ist nicht mal in der Nähe vom Mikro. Und ich höre es trotzdem. Boah. Ja. Boah. Uiuiui, 4, 4. Hab schon lange nicht mehr mit Medic gespielt. Und ich hab 2, 4. Hm. Aber jetzt müssen wir in ein Team. Gemeintam sind wir stark. Vier. Mein Gott. Drei. Zwei. Nehmst du noch auf? Ja. Schon die ganze Zeit. Aber da wird die Folge doch viel zu lang. Pff. Zehn Gig... äh, ein Terabyte Festplatte. Makas Monolith? Oh Gott, oh Gott. Kennst du das? Jaja. Aber die Map habe ich schon seit Ewigkeit nicht mehr gespielt. Aber jetzt, geh erstmal in mein Squad. Äh. In mein Team. Du kannst in mein Team jetzt rein. Schnell. Geh ganz schnell in mein Team rein. Kann ich zu oft wechseln? Das ist doch gar nicht gewechselt. Das steht da. Ah. Warum fährt der nicht los dann? Ah. Ah. Nein, Schuss frei. Und und und? Nein. Ach, das ist komisch. Fahrzeug zerstört. Komm. Okay. Ah. Ist aber auch ne schöne Map. Ja, schön. Ah, stimmt. Die kenn ich. Wenn wir das überleben sind wir gut. Nein, sind wir nicht. Gegen zwei Panzer kommen wir nicht an. Starten wir bei... ...Ihr. ...Ihr. Ehh. Ich kenn mich auf den Maps hier noch überhaupt gar nicht aus. Ich dachte, Maps sind da immer schwer. Ja, geht. Ja, die ganzen neuen sind ein bisschen kompliziert. Weil ähm... Weil hinter jeder Ecke ein Feind lauern könnte. Achtung! Das Einsatzziel wurde gerade... Hier ist mein Weg. Warum komm ich hin? Klasse! Das war jetzt tot. Aua! Aua! Das sind natürlich mal wieder keine Hilfe von irgendwer. Ja, so oft darf ich das nicht. Ja, bitte. Manchmal gibt es... Nein, bei mir geht es nie. Okay, gehen wir jetzt mal ein bisschen russisch an. Nehmen wir ein extrem großes Gerät und hauen auf Feind drauf. Wow! Oh Gott. Oh Gott. Premium Gegner Team. Ich glaube, ich sollte mich darauf fokussieren zu verteidigen. Ich bin jetzt zu den besten, äh... bin ich in den Spot reingegangen. Okay. Nein! Da wird sich nicht so schnell einer trauen, hierher zu laufen. Oh, vielleicht doch. Du hast dich eliminiert. Emilieniert? Ja, finde ich auch immer cool. Emilieniert. Irgendwas hat mich da getroffen. Ich habe keine Ahnung woher, aber da hat mich was getroffen. Das ist ja vielleicht doch irgendwo einer. Da können wir vielleicht mal Deathmatch spielen. Boah, nö. Deathmatch ist immer so üde. Aber da hat man irgendwie mehr Schonten, sich zu verbessern, innerhalb kurzer Zeit. Boah, Mann, ey. Was hab ich denn für ein Team? Ich frage mich, wo ist mein Team? Ich sehe es nirgends. Ja, die hängen alle bei uns rum. Ist ja das Problem. Stirb! Das gibt's doch nicht! Sind das alles ES... Jetzt hängt er mir ein Bein in der Wand. Sind das alles ESL-Spieler? Meine... meine Mitspieler? Ja. Die sind ultra krass drauf. Ich weiß, dass ich ne recht ungenaue Waffe... Oh mein Gott, scheiße! Ah! Das regt mich jetzt auf. Was denn? Bin vor'n Panzer gelaufen. Geht mal, hier sollte einer sein. mh, hier ist noch keiner ach, der ist da oben drauf so, und jetzt könnte mich vielleicht jemand wiederbeleben einer von den, danke, 100 Medics, die wir hier rumlaufen haben hier war doch noch keiner Achtung, das Einsatzziel wurde erobert bitte, ich vielleicht jetzt mal Achtung, ja, nein Achtung, ja, nein